Moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Wer sehen könnt, ich habe hier einen Weltplus-Artikel auf. Der ist schon ein paar Tage wieder alt. Ich habe ihn mir aber mal ganz genau zu Gemüte gezogen, weil ihr könnt sehen, dass einer der längsten Artikel, den ich jemals hier gesehen habe, Lesedauer 15 Minuten. Deutschland funktioniert nicht mehr. Der dysfunktionale Staat. Und wenn man sich überlegt, wie lang dieser Artikel ist, was der für eine Lesezeit hat, über etliche Seiten von 15 Minuten, aber meiner Meinung nach dennoch überwiegend nur an der Oberfläche die Probleme aufzeigt und ankratzt, sollte das doch dem Letzten wirklich klar machen, was hier eigentlich los ist in unserem wunderschönen Land und was hier nicht mehr funktioniert. Und man sollte ja auch nicht hingehen und behaupten, ja, die Ampel, die hat in dem letzten halben Jahr alles falsch gemacht, was du nur machen kannst. Deswegen läuft hier gar nichts und nichts funktioniert. Da mag etwas Wahres dran sein, keine Frage. Aber versteht mich nicht falsch, es ist doch so, dass die 16 Jahre Merkel langsam sich bemerkbar machen. Das haben sie über die letzten Jahre schon, aber Merkel hat es immer wieder verstanden, dem so ein bisschen was entgegenzusetzen. Und das ist aktuell einfach nicht mehr der Fall, weil sie nicht mehr in der Position ist. Und dadurch bekommen wir jetzt durch schlechte Politik, Chaospolitik, um es so zu nennen, der Ampel in Verbindung mit der Problematik der 16 Jahre Merkel alles auf einmal. Und das zeigt sich in ganz, ganz vielen Bereichen. Also, gehen wir mal auf den Artikel 1, Zitat. Kaum etwas klappt noch reibungslos in Deutschland, ob bei den Ämtern, der Post oder der Bahn. So ist das allgemeine Gefühl vieler Bürger. Zugleich irritiert die Politik mit einer Egalhaltung zu vielen Missständen. Für die Stimmung im Land hat das böse Folgen. Und da muss man schon mal direkt drauf eingehen. Also, wenn man Bescheid weiß, wenn du einen Termin auf dem Amt machen möchtest oder sonst was, was es da teilweise für Wartezeiten gibt, von vier bis sechs Wochen, wenn du ein Auto anmelden, ummelden oder sonst was machen möchtest, nebenbei gesagt, warum geht das immer noch nicht komplett, ohne zur Behörde zu gehen? Online geht leider flächendeckend in Deutschland immer noch nichts. Auch so ein Armutszeugnis, dass IKFZ Stufe 3 noch nicht komplett verfügbar ist. So, und dementsprechend, das kann doch einfach nicht sein. Es müssen doch diese Probleme jetzt mal benannt werden. Das ist das Erste, als Eingeständnis, dass etwas nicht funktioniert. Dann muss ein Lösungsvorschlag, eine Lösungsfindung gemacht werden und dann eine Umsetzung, damit man sagt, so, das war das Problem, jetzt haben wir das behoben, jetzt ist das besser. Und ich hoffe, dass wir irgendwann da hinkommen. Nur das Problem ist ja, mit den Politikern, mit den Kandidaten, die in so wichtigen Positionen aktuell sind und über die letzten Jahre auch zu Merkel-Zeiten in wichtige Positionen in Ämtern und Behörden gehievt wurden, werden diese Probleme nicht gelöst werden können. Ob sie es wollen oder ob sie es verhindern oder sonst was, ich kann es nicht beurteilen. Aber es ist doch einfach nur so. Überleg doch mal, hier in dem Artikel, und ich gehe jetzt nur mal auf einige wichtige Punkte hier ein, hier wird dann zum Beispiel über Videokonferenz gesprochen. Überleg doch mal, wir haben doch nicht mal ein flächendeckendes, vorhandenes, gutes, ja, mobiles, Funknetz, genauso wie auch ein Festnetz, sprich auch DSL oder Glasfaser. Ich mag das gar nicht ausdrücken hier, oder gar nicht sagen, denn das ist bei so vielen noch nicht angekommen. Selbst DSL, hier, wenn man bei mir in der Gegend außerhalb des Hauptortes geht, da hat man eine 2M-Bitleitung. 2M-Bitleute. Da kannst du nicht mit arbeiten, das ist nicht umsetzbar. Das ist eine bodenlose Frechheit schlechthin. Und eine ganz klare Folge aus dieser Situation. Wenn ich als Mitarbeiter oder ich als Selbstständiger dann auch sitze und mit einem Kunden zusammen einen Termin per Zoom oder ähnliches habe, wer bekommt denn die Schuld dafür, dass die Internetverbindung gerade schlecht läuft? Richtig. Es wucht doch immer auf die Person, die es gerade macht, getan. Denn Internet ist für uns alle Neuland. Wir wissen das ja mittlerweile. Aber im Ernst, Leute, es ist doch so, dass man für seine Internetleitung einfach nichts kann. Da muss man ja nicht irgendwie für sonderlich intelligent sein, um das zu verstehen. Wenn es dann einfach daran hapern und nicht funktioniert, kann man ja nicht dafür. Nur der Kunde auf der anderen Seite sagt sich dann, ja, jetzt kriegt der das noch nicht mal hin, will hier einen Kundenauftrag machen. Oder der Arbeitgeber sagt, ja Mensch, der will nicht richtig arbeiten. Was ist da los? Und so weiter und so fort. Und natürlich führt das zu einer absoluten Politikverdrossenheit, weil man über die letzten Jahrzehnte es ja nicht zukunftsorientiert gemacht hat, dass man gesagt hat, wir bauen jetzt das Netz aus und gehen auch in kleinere Ortschaften, damit die Leute dort ein Internet wirklich problemlos zur Verfügung haben. Und das ist ein ganz, ganz grundlegendes Problem. Aber schreibt mal eure Erfahrungen mit Internet und so weiter gerne unten rein. Als weiteres, dann geht es natürlich auch weiter um Infrastruktur. Guckt euch mal die Autobahnen hier an. Guckt euch generell mal Straßen hier in kleineren Ortschaften an, wie viele Schlaglöcher die haben etc. Guckt euch generell dann einfach mal die maroden Brücken an. Gerade bei mir hier in NRW, zum Beispiel auf der Autobahn A1, bei Leverkusen hier in der Ecke, wo ich ja auch wohne, da ist es so extrem, da ist eine Brücke vom Einstützen gefährdet, da dürfen keine LKW mehr drüber fahren. Ihr habt richtig gehört. Dementsprechend gibt es da so ein Schrankensystem, dass die LKW runtergeführt werden, über Land. Was macht das mit den Leuten, die dort wohnen? Haben die da Lust drauf, dass da die LKW vor der Haustür vorbeifahren? Stelle ich mir auch nicht gerade schön vor. Und diese Liste von Problemen und Problemorten ist so unendlos lang. Ich möchte auch daran erinnern, steht auch in diesem Artikel drin, Wahlen. Funktionieren Wahlen hier in dem Land noch korrekt? Nein, eher nicht. Der Bundeswahlleiter Georg Thiel hat im letzten Jahr bereits festgestellt, dass bei der Bundestagswahl in Berlin einiges nicht so ganz richtig gelaufen ist. Jetzt nach, wir haben Juni, wir haben den 1. Juni, Leute. Nach über 8 Monaten. Jetzt kommt auf einmal, ja, wir müssen wahrscheinlich in 6 Wahlbezirken in Berlin neu wählen. Mandatsrelevant, möchte ich nochmal erwähnen. Vielleicht fliegt die Linke raus aus dem Bundestag. Je nachdem, was da bei Neuwahlen passiert. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken, dass so etwas 8 Monate ausgesessen wird. Ein XXL-Bundestag, der vorhanden ist, mit zahlreichen Abgeordneten, mindestens 10.000 Euro im Monat bekommen, plus ihre Zulagen, plus auch noch Zehntausender Euro für ihr Personal und alles drum und dran. Das kann doch einfach nicht sein. Krankenhaus, Pflegebereich. Wir haben ganz akute Probleme. Wird auch nicht richtig angegangen. Im Gegenteil, Karl Lauterbach war es ja noch vor einigen Jahren, der sagte, wir müssen hier mehr Betten abbauen. Das fällt uns gerade komplett auf die Füße. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Es sind so viele Probleme. Diese Liste ist so lang. Fehlende Lehrer und marode Toiletten bezüglich Bildungssystemen in Deutschland und Schulen in Deutschland. Auch ein ganz, ganz umfangreiches, großes Problem und Thema. Überleg doch mal, wenn wir unsere Jugend, unsere Kinder nicht dazu bekommen, in einer guten Atmosphäre, in einer, ja, guten Ausstattung zu lernen, Physikräume, die grottenschlecht ausgestattet sind, Chemieräume aus den 70er, 80er Jahren, heute in den 20er Jahren. Unvorstellbar. Und dazu fällt mir gerade ein kleines Ding ein bezüglich Physik, wenn man sich überlegt, wie gering die Allgemeinbildung mittlerweile ist. Ich war bei TikTok unterwegs, folgt mir da gerne auch, mache ich so alles im Auto, Autopflegebereich. Und da war ein Video, welches mir vorgeschlagen wurde. Und da haben sie versucht, festgesetzte Radbolzen, also die Schrauben von einem montierten Reifenrad, am Auto zu lösen. Was haben die in dem Video gemacht? Die sind hingegangen, haben mit Feuer die Bolzen versucht zu erhitzen. Das ist der absolute Schwachsinn. Was versuchst du denn damit? Damit dehnt sich, ne, Hitze, dehnt aus, Metall, bei großer Hitze, wird nur noch schwerer rauszudehnen. Was wäre sinnvoll gewesen zu tun? Eisspray. Kühlen, damit es sich zusammenzieht, damit die Schraube kleiner wird, rausdrehen kannst. In den Kommentaren, die Diskussion, die wollt ihr nicht gelesen haben, was man da liest, da denkst du echt, also diese Leute, diese Jugend, die wird im Leben meine Rente nicht bezahlen können. Von wegen, ja, Feuer, das war die einzige Lösung. Das war eine super Idee. Ja, offensichtlich ja nicht. Da fragt man sich allen Ernstes, wie das hier weitergehen soll. Nächster Punkt hier in dem Artikel, die ewigen Staus auf deutschen Autobahnen. Wir kriegen es nicht hin, unsere Autobahnen weiter auszubauen, dagegen vorzugehen, überhaupt mit der steigenden Bevölkerungszahl und Autoanzahl zu planen. Nein, was versucht man hier? Man versucht, Autos unattraktiver zu machen. Man versucht, das Auto so teuer zu machen, dass man weggehen will, vom Individualverkehr hin zum Lastenrad und was weiß ich. So viele Problematiken und ich scrolle immer noch, ich scrolle immer noch weiter runter, um zu den Kommentaren zu kommen. Und dann schreibt nämlich Martina H., der meistgelikedeste Kommentar, Zitat, hier nur einige Ursachen, die aber zumeist tabuisiert werden. Ganz, ganz wichtiges Thema. Frust der Leistungsträger über übermäßige Steuern und Abgaben. Und da zähle ich mich in erster Linie ganz klar dazu, wie zahlreiche von euch natürlich auch, dass es einfach eine bodenlose Frechheit ist, wie wir hier einfach geschröpft werden. Und sorry für die Wortwahl, aber mittlerweile kann man es nicht mehr anders ausdrücken. Weiter heißt es dann hier, Letadie vieler Transferempfänger, einschließlich der Wirtschaftsmigranten. Uh, ganz böse. Olli hat ein ganz, ganz böses Wort mit Migranten hier angesprochen und kritisiert, was da abläuft. Oh, 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 oh. Der ist garantiert rechts. Ganz schlimme Aktion. Abfluss hunderter Milliarden Steuergeld ins Ausland. Ich habe darüber zahlreich berichtet. Die aktuellste Sache war ja 10 Milliarden Euro Entwicklungshilfe, Klimahilfe, was es auch immer wieder war. Es gibt so viel für Indien gerade. Warum? Leute, 10 Milliarden. Überlegt mal, wie man den Rentnern in Deutschland damit hätte helfen können. Aber nein, immer Germany last. So komme ich mir da vor. Innenstädte, die hier kein Heimatgefühl mehr vermitteln. Volle Zustimmung von zahlreichen Kommentatoren darunter. Stefan B. schreibt hier in den Kommentaren Ungelernte an der Macht. Was soll denn dabei rauskommen? Man stelle sich vor, bei einem Top-Konzern sitzen ausschließlich Studienabbrecher ohne Ausbildung und Berufserfahrung im Management. Wie lange würde es dauern bis zu dieser Pleite? Und das ist doch genau das Thema, in dem wir uns befinden, dass das Problem ist. Aber man muss ja abschließend auch nochmal sagen, es gibt zahlreiche Sachen, die funktionieren in diesem Land. Es funktioniert, die GEZ-Gebühr einzufordern. Auch wirklich hier komplett gar kein Problem, die Eintreibung dessen. Es funktioniert, dass zum Beispiel Herr Thiel, der dann nicht bezahlt hat, ins Gefängnis muss. Das muss man sich mal reinziehen, was für Prioritäten hier gesetzt werden. Was funktioniert sonst noch? Steuereintreibung. Du gehst in den Knast dafür, wenn du auch nur annähernd ein paar hundert Euro in irgendeiner Art und Weise irgendwie nicht versteuert hast, weil du einen Fehler bei der Steuererklärung gemacht hast, weil mittlerweile kein Schwein mehr durchblickt, weil es so umfangreich und kompliziert geworden ist, noch nicht mal böse Absicht dahinter war. Auch schon davor gekommen und ähnliches. Nein, Leute. Also das, was hier passiert, passt einfach nicht mehr zusammen. Der Rheinländer schreibt hier auch ganz nett, es stimmt, die elementarsten Dienstleistungen des Staates, und das muss man ja so sagen, der Staat ist dafür da, um die Rahmenbedingungen für unser Leben hier zu gestalten und nicht, um uns zu erziehen oder ähnliches, was ja von den Grünen immer weiter forciert und gemacht wird. Und dann zählt er nämlich hier auf. Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Wahlen, Bildung, Infrastruktur, Meldewesen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Flughäfen, ÖPNV, Bundeswehr etc. Und es scheint keinen zu stören, wie schlecht es läuft. Und da hat der Rheinländer hier vollkommen recht. Aber jetzt schreibt mal eure Meinung unten rein. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion in den Kommentaren, freue mich sehr drauf. Daumen hoch für das Video, abonniert nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao. Danke. Danke. Danke.